Hallo, schön dich zu sehen. Heute bin ich sehr viel unterwegs und muss dabei genau auf den Verkehr achten, denn da gibt es so viel zu lernen. Auf welchen Weg wollen wir uns als erstes machen? Mami und ich wollen heute eine kleine Fahrradtour zum Spielplatz machen. Das wird spannend, vor allem wegen der vielen neuen Dinge, die man im Straßenverkehr lernen kann. Dann kann es ja losgehen, oder? Oh, ich glaube uns fehlt noch etwas, bevor wir losfahren können. Weißt du, was beim Fahrradfahren besonders wichtig ist? Tippe auf die Gegenstände, die wir mitnehmen sollten. Genau, besonders wichtig ist der Fahrradhelm, denn ohne ihn ist die Fahrradtour viel zu gefährlich. Deshalb setzen wir besser einen auf. Super! Bevor wir losfahren, überprüfen wir, ob unsere Lichter auch funktionieren. Wenn es dunkel wird, müssen wir auf jeden Fall das Licht einschalten. Ja, genau! Ohne Klingel hört uns niemand, wenn wir vorbeifahren. Das ist gefährlich. Die Klingel kommt mit. Toll! Danke! Jetzt sind wir voll ausgestattet und können losfahren. Oh, die Ampel ist ja rot. Weißt du, was wir da am besten machen? Weil hier sonst nichts los ist, können wir trotz der roten Ampel einfach weiterfahren. Rot heißt stehen. Also muss ich hier warten. Ja, genau! Bei rot muss man immer stehen bleiben und auf das grüne Signal warten. Juhu! Endlich grün! Super! Toll, dass du auf unserer Fahrradtour mitgekommen bist. Endlich sind wir am Spielplatz angekommen. Was wollen wir als nächstes tun? Welches Zimmer sollen wir als nächstes aufräumen? Super! Los geht's! Puh! Hier liegt ganz schön viel rum. Kannst du mir helfen, hier aufzuräumen? Ziehe die Gegenstände vom Boden auf die leuchtenden Stellen im Bild. Toll! Passt genau! Wow! Toll gemacht! Ja! Weiter so! Super! Perfekt! Richtig! Toll! Boah! Alles ist wieder an seinem Platz. Toll hast du das gemacht! Danke für deine Hilfe! Boah! Du bist der Haus. Du bist der Gyste. Soll das machen. outfits aime. Buh! Til.